ja willkommen mein name ist daniel und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilia ja ihr wisst wo wir sind wir sind in der weltenkreuzung ich habe versucht im kolosseum mit den anderen charakteren die eigenen charaktere fertig zu machen problem war ich habe es mit kein einzigen geschafft irgendwie was mit jeden verdammt schwieriger als mit blut mit mir da bin ich bis zu elven und ließ gekommen mit elise und rohn habe ich gar nicht versucht wenn ich glaube ich auch nur bis zum ersten kampf oder so gekommen also es war aber egal das ist jetzt vollkommen egal denn jetzt haben wir einfach alles hinter uns gelassen und machen uns auf um geils und music zu verfolgen was es mit den jurenen auf sich hat ist mir jetzt im moment vollkommen wir machen das jetzt wir gehen jetzt da rein wir machen geils und music fertig und ja wenn sie das spiel zu ende also los gehen wir genau jetzt gehen aus dem weg 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 weg aus dem weg na gut ein kleiner aufwärmungs kampf aber aber stark genug sind meine team zusammensetzung so aus wenn wir alles wochen deswegen und weil das hat schon gemacht ja ja ab jetzt habe ich noch ein zweiter ab ich habe immer noch dieses erfahrungsding gemacht ich bin irgendwann mal zum test hingegangen ich kann nicht mehr zurück ok verdammt und ja man kann glaube ich nicht mehr zurück deswegen und jetzt sehe ich erst weil da unten noch steht oder sitzt leckt mich an das hat uns nicht gesehen aha okay ich glaube wir müssen das ganze letzte lang schon in einen rutsch machen das gefällt mir irgendwie nicht ich hoffe natürlich man kann vom finalen boss noch mal zurückgehen speichern und was weiß ich aber jetzt haben wir schon alles nehme ich jetzt machen wir es einfach und jetzt machen wir nicht fertig winger ich habe ich jetzt mal gar nicht gesehen der letzte von der schimeriade so you've made it this far i'm assuming you're not going to just let us pass of course not you should know well enough why i stand before you turn back now so you know we cannot oblige to that why are you so adamant about meeting his highness we must stop him and dispel this chism it is the only way for the people of riza maxia and olympias to come together so you side with the olympians now your fickle self-righteousness sickens me i don't understand what his highness sees in you you will die here before you become any further burden to him was wollen wir noch mal sehen oh nein der verweilt sich schon wieder in super seien warte komme ich so bist du tatsächlich schnucklig was ich sag ich sag okay das war sehr schön okay macht uns noch ordentlich schaden oder sind wir schon zu stark ich sollte vielleicht weg gehen ja genau deswegen blitzlober so ist der angriff okay ein richtig schaden auch nicht so war ich hoffe wirklich nicht wir sind viel zu stark schon wahrscheinlich ist es mein dieben empfänger an dingens im windangriff ja er macht definitiv noch genug schaden mehr als mir lieb ist aber er schafft es immer aus meinen verbundenen art hier auszukommen aber verbrennen uns die ganze zeit kann ich auch hier Oh geil Oh schon, jetzt nicht wieder ausweichen Zack, zack, zack Lustiger Und ausweichen Aua Und war ich mitten in so einen Angriff Und Zack War so geil Und jetzt noch Demja Wenn ich dich getroffen hätte Sackgesicht Ich glaube nicht gut, dass Ron die ganze Zeit die R einsetzt Au Nix an, nix an Aha, bomb nicht gut Mal, ha Ich war hinterhin, dann war ich immer noch hinterhin Boah ey Die ganze Zeit nur im Ausweichen Ey, hey, komm, nix Aua Ma Ma, hörst du auf damit Ich glaube, er ist kaputt gegangen Ne Er hat irgendwie nur das gleiche gemacht Könntest du mal so tun, als würdest du auch mal mich angreifen wollen Danke Dann kann ich auch hier Ne, nicht grad dir Boah, jetzt haben die Final Game eingezept Falsche Block Mann Was los Na Ich muss schon sagen, wenn er jetzt Spieler betroffen ist, der in Angriff Sein Mistkart trotzdem eingeht Hör auf damit Boah, wie ich jetzt die ganze Zeit schaffe, hier auszuweichen Komm her Doppeltanz Ne, Doppelanze Der gibt uns aber doch noch ganz schön, finde ich Ja Ah, er hat der drone geduldigt Ich fasse Oh 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 Nein Da ist er wieder aus, ne? Ne, okay was hast du eigentlich nur warum gehst du noch auf ihn los ich bin auch wenn ich nicht mal der mystik hat erledige ja das klappt was lisa zwei level ab zu bekommen war es so hat sie zwei level abs bekommen egal also müssen wir irgendwann eine chance haben aufgeregt aber egal Wenn wir die Spyrechseien zerstören, wird der Welt verändern. Du kannst nicht den Weltkrieg durch einen Weg, der sich nicht für sich selbst wählen. Das ist eine Erklärung, die ich endlich zu bekommen habe. Rowan. Nur jetzt, du bist da, nach dem alles, was hat sich geplant. Ich werde mich nicht verabschieden, auf der Front des Kampf. Ich bin mit dir schädet. Aber ich bin nicht fertig mit dir. Ich muss, seine Herr, seine Herr, erreichen, seine Vision. Warum stehe dich auf den Grenzen? Silenz! Wingle, Gaius hat nicht alle von uns, für genau das gleiche Grund. ich glaube es ein stärker macht er nicht mehr mit entweder das war ja verwandt sich auch in einen zweifach und so passen ich verstehe nicht was du sagst ja ich glaube ich wirklich weiter ja oder auch nicht Was ist das? ja er ist gestorben wie er gelebt hat und dass er irgendein schwein verstanden hat doch du kannst das ja Habe ich nicht verstanden. Ich sag's doch. Das war die Rückblenden an Tats of the Abyss, der wird zweit überall unterwegs, aber irgendwie sind alle von einer Nachteiligung. Ich bin da nur Jude. Soll ich den ganzen Weg alleine machen? Ach, und wenn man Mila geschaut hätte, dann hätte man Mila geschaut, oder was? Oh. Oh, es gibt Probleme. Im normalen Kämpfe kann man nicht den Kampf neu beginnen. Das heißt, wenn ich hier in einem normalen Kampf drehe, dann kann ich wahrscheinlich noch mal gegen Wildern, äh, Bengals kämpfen, ne? Naja. Ja. Oh, 15 Minuten geil. Wie immer mal ein normaler Part. Gut. Ich wollte schon sagen, die macht so Brücken. Dann würde ich mal sagen, ich mach mal hier einen Schnitt und es ist wohl dann doch noch nicht ganz zu zende. Ja. Da kommt wohl noch was auf und zu. Ja. Und dann würde ich sagen, wir machen den nächsten Pass. Und dann fahrt weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss. 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 Tschüss.